Martin Nauer ist nicht nur ein viel Beschäftigter, sondern auch ein viel begehrter Musikant, der im 1988, der damals 13-jährig Philipp Mettler eine eigene Kapelle gegründet hat, hat er einen Roman gefragt, ob er mit ihm zusammen spielen kann und Martin Nauer hat Ja gesagt. Philipp Mettler ist heute auch bei uns, er spielt unseren Fox von Martin Nauer, Gummibärli, und erwähnen möchte ich noch, dass am Klavier dieser Kapelle der Vater Franz Nauer sitzt. Gummibärli Musik 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 Vielen Dank.